Also man kann bei der Position eigentlich nicht viel falsch machen, ob man es jetzt ein bisschen weiter runter setzt, ein bisschen höher. Man kann es ja auch variieren, wo man möchte, also welche Partie man mehr trainieren möchte, stimulieren möchte. Also da ist man überhaupt nicht gebunden, sondern total frei. Okay, dann legen wir hier mal los. Das ist jetzt noch ein bisschen easy. Dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Okay, dann spürt man es echt schon richtig. Noch mal eine. Das ist richtig wie so Impulse. Ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll. Einfach mega intensiv, tief rein und da spürt man erst mal, wie viele Muskeln man noch drunter hat, die man gar nicht weiß, dass die überhaupt da sind.